Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Diese alte Volksweisheit vorangestellt beantragt die Fraktion der AfD die Errichtung eines Sondervermögens Konjunkturausgleichsfonds Sachsen. Dieser Haushaltsfonds wird in konjunkturell guten Jahren gefüllt, um die Wirtschaft in schlechteren Jahren mit gezielten staatlichen Investitionen zu stärken. Meine Damen und Herren, der von uns vorgeschlagene Fonds wird gefüllt, wenn die Brutto-Wertschöpfung Sachsen in einem Haushaltsjahr höher als 0,5 Prozent ausfällt. Aus den Haushaltsresten soll dann im Folgejahr Mittel in Höhe von 10 Prozent der übertragenen Haushaltsreste in diesen Fonds eingebracht werden. Eine höhere Zuführung sollte natürlich auch jederzeit möglich werden. Natürlich, meine Damen und Herren, kommt so ein Fonds natürlich nie ohne ein Anfangsvermögen aus. Deshalb auch die vielleicht vom Herrn Michel-Fonds etwas zu heftig gerückte globale Minderausgabe von jeweils 300 Millionen Euro. Das sollte sozusagen die Sparbüchse sein. Aber, Herr Michel, es besteht ja noch die Möglichkeit, das auch aus der Haushaltsrücklage in eine noch sichere Sparanlageform zu überführen. Die Möglichkeit besteht ja zumindest. Eine Geldentnahme aus dem Fonds soll jedoch nur dann in Betracht kommen, wenn die Brutto-Wertschöpfung in Sachsen in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ein Rückgang in Höhe von 0,5 Prozent oder im Vergleich mehr zu den Vorquartalen zu verzeichnen ist. Die entnommenen Gelder müssen zwingend aus unserer Sicht für die Förderung von Investitionen verwendet werden. Vorrang sind dabei Wirtschaftssektoren, welche eine Wertsteigerung und Festigung der Brutto-Wertschöpfung zu erwarten ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.